Yo Leute, ich bin Seraphis und willkommen zur weiteren Runde von Rocket League. Am heutigen Tag zocken wir mal wieder eine Runde und wir wollen auf jeden Fall rasieren. Wollen wir eigentlich jede Aufnahme, aber leider schaffen wir das nicht immer. Es ist irgendwie ein Update reingekommen, also X-Men 97 Stuff gibt es. Also Karren, dann Sticker, alles, Effekte, was auch immer von X-Men 97, die Serie. Ich muss sagen, ich habe die nicht geguckt, mit X-Men habe ich wenig am Hut sogar. Ja, also ist nichts Neues für mich, so nichts Relevantes. Ich glaube nur das ist neu, wenn es was ganz Neues gibt, dann lasse ich mich mal überraschen, aber ich denke mal nicht. Wir zocken am heutigen Tag ein normales 3-3-Match und ich habe Bock auf Dropshot, das zocken wir zum Schluss. Wir geben heute Folge als Leute und wenn ihr mehr von Rocket League sehen wollt, dann lasst auf jeden Fall ein Like da und abonniert diesen Kanal, um keine Serie zu verpassen. Checkt auch das neue Projekt aus, Hello Neighbor 2, es ist überall auf meinem Kanal zu finden. Ich habe das euch auch oben rechts im Infokasten verlinkt und auch in der Beschreibung. Ja, und ansonsten ist es auch überall zu finden, vielleicht auch im Abspann, deswegen checkt das ab, es ist ein krasses Projekt. Naja, ich würde sagen, alles ist gesagt, wir sehen uns in der Runde. Okay, da sind wir in der Runde, wir zocken auf dieser lustigen Map. Ich glaube, das ist so eine südamerikanische oder so. Okay, aber Fokus. Oh, und da ist schon das 1 zu 0. Wir haben auch die Vorlage bekommen, krass. Ich würde sagen, die ungewollteste Vorlage in ganz Rocket League. Aber das nimmt man mit. Okay, ich würde sagen, wir bleiben hinten. Wir warten ab, wie sich die Situation verändert. Okay, da muss ich hin. Aber ein Mate ist schon mal dahin gegangen. Und ich glaube, auch neu ist, man sieht neben dem Spielernamen links den Boost, also wie viel Boost ein Mate hat oder so. Aber das sieht man ja auch nur bei den Mates. Ich muss sagen, das finde ich eigentlich ganz okay. Es ist jetzt nichts Weltbewegendes, aber schön zu haben. Okay. Ich bringe den rein. Aber es gab keinen Abnehmer, beziehungsweise der Ball ist verhungert. Oh Gott. Oh oh. Boah. Okay, ich nehme den mit. Jetzt habe ich Platz. Zack. Ja, aber Mate bekommt den nicht. Aber der andere hat den. Okay. Da gehe ich hin. Ach, da kann ein Blauer hin. Oh nein. Wir müssen verteidigen. Oh. Okay, der hat den. Der ist, denke ich mal, für mich. Ja. Zack. Mate. Schön. Jetzt vielleicht eine Aktion. Ach, ich wurde zerstört. Das ist ja sowas von ein Ball für mich, ne. Boah, der ging aufs Tor. Okay. Der ist für mich nicht. Oh oh. Ja. Wir müssen defen. Der, was macht der? Also der links neben mir eben. Oh. Was mache ich? Okay, der ist für den Mate. Der schießt. Ja, aber auf jeden Fall knapp. Oh, der ist für mich. Alter, da kommt immer wer dazwischen. Aber wir spielen mit Vollgas. Oh nein. Boah, alter. Schlagabtausch. Okay, ich warte hier. Aber ich hoffe mal, der Mate ist da. Okay. Da ist wirklich keiner gewesen von uns. Ähm. Boah. Okay. Zack. Okay. Hätte ja sein können. Okay. Ich gehe hin. Zack. Bam. Okay. Was ist das? Das hätte nicht sein müssen. Aber wie gesagt, lasst ein Like dafür mehr. Ja, sehr bitter gelaufen. Okay, 1-1. Alles ist noch offen. Oh. Okay, wir müssen zurück. Ich gehe mal in die Kiste. Zack. Boah. Zack, abgelegt. Da geht keiner hin. Ach Gott. Wir müssen mal ein Momentum starten. Okay, zurück. Mate. Hatte ihn. Ja, so halbwegs, ne. Aber ich habe den hier. Ah. Okay, habe wieder Boost. Okay. Ich halte mich im Rückraum auf. Für den Ball, aber... Ja, der kam nicht gut zu mir. Hm, geht der hin? Ja. Okay. Zack. Mate. Ah. Sehr knappe Bälle immer, ne. Oh nein. Okay. Ich schnapp mir den Boost. Ja, der geht vorbei. Boah, alter. Wir müssen echt aufpassen. Zack. Schön. Und jetzt? Ey. Okay. Der ist für mich. Mate. Schade. Oh Gott. Okay, wir haben den. Wir sind im Ballbesitz immerhin. Boah. Hat er ihn? Ja. Jetzt dürfen wir keine Fehler machen. Fehler sind nicht erlaubt. Zack. Oh nein. Ich sehe schon das 2-1, ne. Okay. Immerhin. Immerhin. Verlängerung. Spannendes Match auf jeden Fall. Okay, jetzt aufpassen. Wir sind im Angriff. Zack. Oh Gott. Alter. Der würde so easy gehen können, ne. Ja. Da kann ich lauern. Ach Mann, ey. Den hätten wir besser platzieren müssen. Oh Gott. Okay, der hat ihn. Mate. Ja. Zack. Ich spiele ihn nochmal hier hin. Zack. Ach. Hätte ja sein können. Okay, jetzt vorsichtig. Ich geh drauf. Zack, Alter. Und jetzt. Und jetzt. Mate. Was? Der trifft ihn gar nicht. Alter. Alter. Was ist hier los? Okay. Nein. Leider. Kein Boost. Schön. Ich brauche Boost. Der macht ihn, oder? Ja. Digga, das haben wir uns aber verdient, ne. Stark. Wir gucken uns das an. Der zerstört ihn. Der Ball kommt hier hin. Keiner trifft ihn. Und der andere macht ihn noch rein. GG auf jeden Fall. Boah, das war auf jeden Fall eine spannende Runde. Ich würde sagen, wir haben gut performt eigentlich. Natürlich nicht fehlerfrei und so. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Runde. Und da sind wir in der letzten Runde. Wir zocken, wie gesagt, Dropshot. Länger nicht gezockt, muss ich sagen. Okay, ich geh drauf. Zack. Bam. Okay, der ist aktiviert. Am besten muss er orange sein. Zack. Damit der mal den Boden zerstört. Ah, okay, okay. Falsche Richtung, aber immerhin unsere Farbe. Bam, ich baller den weg. Und mache ich einen Hit. Ja. Okay. Genauso können wir weitermachen. Schon mal ein guter Start, würde ich sagen. Okay, der ist aktiviert. Wir machen den orange. Der ist immer noch blau. Oh nein. Mate, bitte. Bitte rette. Danke. Und? Ja, Mann, das war stark. Okay, ich aktiviere ihn wieder. Hoffentlich. Ja. Direkt der nächste Hit. Ja. Digga, ich glaube, die Runde wird schnell. Okay. Schön. Digga, was? Und da ist es 1-0. Wir haben überran gespielt. Okay, ich würde sagen, wir gehen wieder drauf. Okay, der hat ihn. Vielleicht Activation. Ach Gott. Aber Mate. Ja. Oh nein. Okay, die haben den ersten Hit gemacht. Okay. Der ist aktiviert, aber der ist blau. Nein, der ist jetzt, der ist blau. Wir müssen die Seite wechseln. Zack, Alter. Zack, Alter. Ah, der ist blau. Zack, Alter. Da mache ich den Hit. Digga, ich glaube, meine beste Dropshot-Runde bisher. Stark, Alter. Oh nein. Oh nein. Okay. Nein. Ach Gott, die machen guten Hit. Okay. Zack. Unser. Ja. Ne, was? Zack. Wir haben wieder einen Hit gemacht. Okay, Deffen. Oh Gott. Nein. Sorry. Ja, das war meiner. Aber ich glaube, wir sind näher am 2-0 als die am 2-1. Zack. Geht der? Der geht. Easy. Ich würde sagen, wir gehen wieder drauf. Ja, okay. Ich war ein bisschen zu hoch. Okay. Der ist aktiviert, aber der ist halt auf dem Boden. Ach Gott. Was ein Patzer von mir. Okay. Zack. Oh nein. Zack. Was? Aber wir haben einen Hit gemacht. Okay. Da ist eine offene Stelle. Zack. Wieder ein Hit. Oh nein. Okay. Der ist aktiviert. Zack. Das haben die gut gemacht. Wir müssen jetzt echt aufpassen. Wir holen das... Am coolsten wäre es, wenn wir es zu Null holen. Zack. Hit. Hit. Okay. Ich aktiviere ihn. Ach, der rollt auf dem Boden. Ach, die haben einen Hit. Zack. Boah, Alter. Der ist fast gegangen. Schön. Geht der? Nee. Oh Gott. Oh Gott. Ja. Da ist der Anschlusstreffer. Aber wird, glaube ich, schwer sein für die, noch ein Tor zu machen. Wir müssen einfach jetzt konzentriert bleiben. Am besten einen drauflegen. Schön. Und? Und? Warum? Ach. Der hätte ihn, glaube ich, durchlassen können. Okay. Ja. Wir müssen einfach nur in den Raum hier spielen. Zack. Zack. Okay. Nein. Was machen wir? Ey, wenn der jetzt geht, ne? Okay. Ich glaube, wir sind safe. Zack. Machen wir noch einen? Nee. Aber GG, Alter. Das ist eine sehr geile Runde. Ich finde, diese Runde hat gezeigt, warum Dropshot Spaß machen kann. Naja, vielleicht machen wir das öfter. Aber auf jeden Fall wird sich mal wieder Dropshot zocken. Ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, was ihr so am meisten zockt in Rocket League. Naja, es waren auf jeden Fall zwei lustige Runden. Beide gewonnen. Die zweite, würde ich sagen, war überzeugender als die erste. Aber die erste hatte auch gute Momente. Naja, damit würde ich sagen, das war es mit der lustigen Runde von Rocket League. Lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn ihr mehr sehen wollt. Abonniert diesen Kanal, um keine Videos zu verpassen. Checkt meinen Zweitkanal aus, Link in der Beschreibung. Checkt Hello Neighbor 2 aus, das Projekt ist überall verlinkt. Folgt mir auf Insta, alles ist in der Beschreibung verlinkt. Habt noch einen schönen Tag und ciao.